Hallo Spieler, kommt rüber, willkommen zurück beim Stumble Around in Outer Wilds Shadow of the Eye im DLC. Heute machen wir mal alles anders und ich sage nicht vorher, was wir anders machen, mal sehen, ob ihr es rausfindet. Wir starten direkt und wir freuen uns, dass der Computer an Bord unseres Raumschiffs so gut Buch führt, dass wir das nicht machen müssen, so wie in den 90ern in Adventures damals, wo man riesige Karten zeichnen musste und sich alle Clues aufschreiben, damit man Bescheid weiß. Hier macht das der Computer für uns und wir freuen uns auch daran, dass da oben diese fantastische Raumstation jedes Mal auf völlig neue Weise spektakulär kaputt geht, auch ohne, dass wir was dafür machen müssen. Das ist ein Service des Universums an uns. Und wir danken unserem Bodenpersonal, dass hier jedes Mal ein startfertiges Raumschiff für uns bereithält. So, jetzt gucken wir doch mal nach, was hier dazu gekommen ist. Viel wird es nicht sein, aber ein bisschen was halt schon. Gut. Also Burn Slide Reel, ja, ich erinnere mich. Das war dieses fantastische Erlebnis, eine Dia-Show zu finden, bei der 90% der Dias verbrannt sind. Lowered onto water, nearly all the slides have been burned and cannot be viewed. Ja, wir erinnern uns. Aha. Das habe ich gar nicht verstanden beim letzten Mal. Das ist noch fantastischer. Nicht nur hält dieser Computer hier, macht dieser Computer hier ein Logbuch für uns, sondern er hat hier auch notiert, was ich gar nicht kapiert habe, dass wir auf diesem Tisch, der viel zu hoch war für uns, wo ich drauf springen musste, damit man überhaupt was sieht, weil die Gewollen offensichtlich entweder auf Stelzen gehen oder absurd lange Beine haben. Und da haben wir ein Bild gesehen von einer Sonne, die aussah, als würde sie zur Nova werden und einem Radius. Und hier sagt jetzt das Log, dieser Radius ist der Radius der Supernova-Explosion. Außerhalb davon kann man überleben. Und die Trajektorie des Strangers führt raus aus diesem Radius. Und es ist ja auch so, dass wenn wir an Ende sterben, dann kommt nicht dieses weiße Licht. Man verbrennt nicht wie sonst überall im Sonnensystem, sondern es kommt diese merkwürdige Animation von irgendwelchen Zickzack-Linien. Gut, und da gehen wir jetzt hin. Hidden George, der Hidden George, unser Freund Hidden George, der ist auch ein Fremder, aber jeder Fremde in diesem Spiel ist ja auch ein Freund. Und unser Freund George, den gehen wir jetzt besuchen. Wir haben nach wie vor die orangenen Sternchen in das Motto Explorer, aber wir gehen jetzt erstmal in die Hidden George und fragen, where is more information? Und ich habe schon wieder vergessen, das Ding zu markieren. Allerdings... Äh, ne, das wird nicht funktioniert. Doch, ne, das ist er nicht. Ne, da kriegen wir nur markiert, man wird es tatsächlich auch hier reingeben. Das könnte einfach auch mal über Loops hinweg aktiv bleiben, dann hätte man nicht diesen Müll. Aber gut, es ist eigentlich... Okay. Ich dachte gerade, der Autopilot ist kaputt, aber er funktioniert so wie immer. Also er ist schon kaputt auf eine Weise, aber da ja keine Sonne im Weg ist, kann uns nichts passieren, hoffen wir mal. Wir haben auch diesen Hintereingang entdeckt, der auf den Staudamm führt, mit dem wir also auf dem Staudamm spazieren gehen können, wann immer wir wollen. Zum Beispiel jetzt. Das macht nur leider keinen Sinn, weil man vom Staudamm ja einfach nur auf der einen Seite runterspringen kann und dann in diesem Reservoir landet. Also irgendwann werden wir wahrscheinlich diesen Hintereingang benutzen, wenn wir herausgefunden haben, wie wir diesen Safe aufkriegen, also diese Vault. Jetzt fliegen wir erstmal hier rein. Versuchen nicht alles kaputt zu machen dabei. Obwohl wir noch kein einziges Mal, glaube ich, wieder losgeflogen sind mit dem Raumschiff. Also ist auch egal, wir können uns eigentlich auch bei der Landung schrotten. Macht nichts. So, der Hintereingang war, glaube ich, hier drüben, aber den ignorieren wir, wie gesagt, weil wir auf der anderen Seite vom Staudamm kommen wir jetzt sowieso raus, wenn wir hier reingehen und oben gibt es für uns nichts zu entdecken. So, jetzt kommen wir hier raus und dann sehen wir zu, dass wir so schnell wie möglich, geht das, das geht nicht, in diese Hidden George kommen. Hidden George, wir kommen. Also wir müssen nach der Whitewater-Sektion direkt scharf rechts abbiegen. Hier gibt es übrigens auch nochmal einen Bereich, in dem wir noch nicht waren. Das ist auch für später ganz interessant. Ich gebe hier mal ein bisschen Gas oder Licht. Ich gebe mal ein bisschen Licht hier auf dem Fluss. Es ist ja alles herrlich. Man muss sich ja auch klar machen, die Gewäulen hier war, bis die Gewäulen gekommen sind, leerer Raum, schwarzer leerer Weltraum mit nichts drin. Und jetzt gibt es hier Whitewater, wo man, wenn man reinfällt, zu Brei zerschlagen wird. Und das ist schon fantastisch. Und alles eigentlich ohne jeden Preis. So, also hier rechts geht es in diesen Bereich, den ich gerade von oben gesehen habe. Das gucken wir uns ein andermal an, vielleicht nächste Folge, je nachdem wie gut wir jetzt da durchkommen, durch den versteckten Bereich. Wir sind jetzt viel früher als letztes Mal. Ich bin ja am Ende der letzten Folge da drüber geflogen, wie ein Vogel, wie eine Gewäule. Es ist ja so, wenn man lange mit merkwürdigen Leuten Zeit verbringt, dann wird man selber auch ein bisschen merkwürdig. Also wir werden wahrscheinlich im Laufe der Zeit hier auch so eine Art Gewäulen werden. Also wir sind hier über die Kabel drüber geflogen. Das Wasser war ja schon gestiegen, weil der Staud angebrochen ist. Ich hoffe mal, dass wir hier die Abzweige kriegen, auch in diesem Floß. Ja, das klappt. Wunderbar. Ja, die Brücken sind alle noch intakt. Das hatte ich mich ja letztes Mal auch gefragt. Auf dieser Station, die die Gewäulen eigentlich nur für uns hierhin gebaut haben. Sie haben leeren Raum ersetzt durch diese Station. Weil hier ist allerhand los. Also hier sind überall Gebäude. Das da drüben ist die Tafel, auf der wir letztes Mal angelandet sind. Die da kaputt war. Natürlich. Wie alles. Also wir müssen jetzt ein bisschen sputen, weil wir wissen schon, wie das aussieht, wenn der Staudamm bricht. Nicht so gut. Dann geht es kaputt. Hier war mal ein Aufzug. Der ist aber im Eimer. Und das dürfte ein bisschen zu hoch sein für den Sprung. Wir können aber mal versuchen, ob wir auf diese Zwischenstufen kommen. Nein, reicht nicht. Okay, da kommen wir schon mal nicht hoch. Bedauerlich. Dann müssen wir hier drüben hoch und dann oben über die Brücke. Wir dürften ordentlich Zeit haben, aber natürlich nicht unbegrenzt, weil, kennen wir ja, irgendwann kommt das Geräusch, das wir immer noch nicht zugeordnet haben. Und dann kommen die anderen Unerfreulichkeiten, wie eben einbrechende Staudämme und explodierende Sonnen. So, jetzt ist hier alles in Ordnung. Jetzt müssen wir nochmal gucken, ob wir hier dadurch, dass das nicht kaputt ist, noch neue Dinge entdecken. Bis jetzt sieht es nicht so aus. Was ist hier noch? Ne, das scheint es hier auch gewesen zu sein. Dann ist hier wieder diese Kirche, von der ich ja irgendwie glaube, dass das noch eine Funktion mal haben wird. Aber noch ist uns nicht klar, warum wir hier immer wieder dieselbe Story erzählt bekommen. Also, es hat schon was von Kirchen, weil jede dieser Siedlungen hat so einen Raum. Eins, zwei, drei, vier, fünf Bilder. Ja, lassen wir mal hintangestellt. Das werden wir vielleicht irgendwann noch erklärt kriegen. Und stattdessen gehen wir jetzt hier rum. Es ist total aufregend. Ich würde mich nicht wundern, wenn das jetzt wieder ein Diab-Projektorraum wäre. So ist es. Und was ist das? Ein Artefakt. Artefakt does not fit. Wir haben ein Artefakt gefunden. Artefakt, das ist das Artefakt, das wir auf den Dias auch sehen. Das ging jetzt unermattet schnell. Ist das jedes Mal zu einer anderen Zeit? Oder löse ich das aus? Lösen wir das aus beim Rumstapfen hier? Also, wir brauchen eine Laterne. Die kriegen wir natürlich wieder aus der Kirche da drüben. Hier ist nochmal ein Aufzug. Das ist möglicherweise der, der unten kaputt ist. Ja, so ist das. Jetzt sind wir oben an diesem Aufzug. Hier kann man auch nochmal runtergehen. Aber da ist eine Menge los. Okay. Gut. Wir haben hier jetzt sowieso keine DIA-Rolle gefunden. Deswegen ist es vielleicht auch gar nicht so wichtig, ob wir eine Laterne haben oder nicht. Vielleicht sollte man das Artefakt mal mitnehmen. Hier ist auch nochmal eine Tür. Oi. Okay. Dias. Dias. Gut. Dann würde ich sagen, lassen wir das mit dem Artefakt mal gut sein und holen uns eine Lampe und gucken uns diese beiden DIA-Shows an. Es ist also so dankbar ich bin, dass die Gewäulen so viele Fotos gemacht haben und uns hier unterhalten mit ihren herrlichen, kaputtgebrannten DIA-Shows. So statisch finde ich das allmählich leider auch ein bisschen. Wir wollen mal hoffen, dass wir jetzt wenigstens dramatische Dinge erfahren auf diesen neuen DIA-Shows. Denn das ist ein bisschen eindimensional. eindimensional allmählich, dass wir immer nur neue DIA-Shows entdecken. So. Wir haben zwei. Da müssen wir uns ein bisschen ranhalten. Moment. Das war rechts von der Leinwand. Ab in den Kino-Kellar. Einmal DIA-Shows. Coming right up. So. Das kennen wir jetzt alles schon. Das stecken wir jetzt da oben rein. Und dann gehen wir hier an die... Okay. Wir erfahren jetzt wieder was über die Verschlussmechanismen. Hoffe ich doch mal. Wir gehen nach vorne durch die DIAs durch. Okay. Da ist nicht viel drauf zu sehen. Nächstes. Jetzt kommt wieder diese Gestalt aus dem Dunkel. Okay. Es ist wieder dieses... Das ist das dritte Schloss, das da drankommt. Und das war's schon. Ich... Also die Person, diese Gewäule geht immer an dieses Gerät ran. Oben geht eine Flamme an in dem Kopfteil von diesem Sarkophagartigen. Dann leuchtet es unten raus. Und das macht dann ein Schloss an diesen Kasten dran. Und man versteht es noch nicht. Hauen wir mal die andere Rolle noch. Aber immerhin verschwenden wir jetzt hier nicht viel Zeit. Weil wenn die andere auch so kurz ist, dann sind wir hier schnell durch. Und können das andere Gebäude noch angucken. Wir hatten ja noch ein Gebäude hier gerade. Es ist ja nicht so, dass... Und ein Artefakt übrigens, mit dem ich aber noch gar nichts anzufangen weiß. Weil wir das auch zwar schon ein paar Mal gesehen haben auf solchen Slides, aber... Ja, da ist es auch wieder unten. Vielleicht kann man mit dem Artefakt das aufmachen. Also das Artefakt hat hier ein blaues, ein grünes Leuchten. Das ist ja das grüne Leuchten. Ist ja das, was da eingeschlossen ist. Ich gehe jetzt mal wieder nach... Also vorwärts durch die Diashow durch. Ist das unsere Sonne? Das ist unsere Sonne. Da ist Giant's Deep. Ja. Die Gewäulen gucken sich unser Sonnensystem an. Es bewegt sich. Die Gewäulen gehen. Unser Sonnensystem gefällt ihnen nicht. Sie machen so eine Art Meeting. Und jetzt gucken die Gewäulen... Jetzt gucken wir Dias über Außerirdische an, die Dias gucken. Und irgendwer guckt uns gerade auf YouTube an. Und das Ganze ist so verschachtelt und fraktal. Dass jetzt gleich das Apfelmännchen reinkommt. Und hier mitmischt. Ja, okay. Ich bin gerade wieder zurückgegangen. Sorry, das wollte ich nicht mehr machen. Aber wir müssen noch mal gucken, was hier emotional passiert. Die Eule hat einen emotionalen Zusammenbruch. Die Gewäule hat einen emotionalen Zusammenbruch, weil sie Vermutung Fotos aus der alten Heimat sieht. Vielleicht. Und dabei wird ihr so heiß, dass sie direkt alle weiteren Fotos verbrannt hat. Also, so langsam... Verbrannte Fotos jetzt nicht so spannend. Okay, hier kommen sie jetzt mit allen... Sind das alles dieselben Artefakte? Sie stellen sich auf. In der Mitte glüht grünes Feuer. Die Gewäulen gehen schlafen. Das grüne Feuer geht in die Artefakte rein. Und das war's. Äh, ja, okay. Gut, also wir nehmen mal das Artefakt mit. Das scheint wohl eines der wichtigeren Elemente in diesem Spiel zu sein. Hier ist eine kaputte Tür. Das können wir auch mal... Da kann man uns auch mal eine mentale Notiz irgendwo hinterlassen. Beziehungsweise, das Spiel trägt die ja selber ein. Diese Tür müsste da unten noch rauskommen, oder? Bin ich jetzt fehlorientiert? Können wir mal... Wenn wir hier eins tiefer gehen, finden wir da... Hä? Ich bin auf Maffee-orientiert, hier ist auch keine Tür. Gut. Ähm, hier waren wir noch nicht. Hier ist der Eingang des grünen Feuers mit... Oh. Und unser Freund, die Geister-Materie. Ich kann jetzt auch kein... Aha. Kann, 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 gerade kann. Ich lege das mal hier ab. Ähm, damit ich hier einen Scout reinschießen kann. Damit wir sehen, was hier eigentlich los ist. Es ist natürlich sehr nett von den Gewäulen, dass sie hier diese Geister-Materie bei uns platziert haben. Die ist da vorne. Okay. Können wir da vielleicht links dran vorbei? Das könnte gehen. Da ist auch welche. Ah, die ist da auch hinter dem Baum. Shit. Okay, da kommen wir nicht vorbei. Oh, fuck, 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 fuck. Okay, jetzt bin ich fast tot. Äh, ich geh mal hier raus. Äh, das lassen wir vielleicht mal für später, bevor wir jetzt hier an der Geister-Materie versterben. Das kann ja keiner wollen. Ah, dieses Haus ist irgendwie abgeschnitten vom Rest. So, da können wir ja hopsen. Schon wieder eine kaputte Tür. Mh, kommt vielleicht unten rein. Ja, das sieht ganz gut aus. Noch eine kaputte Tür. Eine dritte kaputte Tür. Nein, hier ist offen. Okay. Gut, jetzt haben wir die Tür aufgemacht. Und... Ja, okay. Jetzt war das jetzt gut. Dann ist es jetzt nicht. Da unten sind mehrere Türen, da kommen wir aber von hier nicht runter. Können wir vielleicht die Tür von oben aufleuchten? Wenn man sich hier... Wo ist sie denn? Die müsste doch... Nee. Hm. So richtig mit dem Exploren klappt das gerade noch nicht so richtig. Und jetzt bricht der Staudamm. Jetzt hat die Frage, ob ich überhaupt wieder wegkomme. Oder runterzufahren. Ja, doch geht gut. Dann haben wir hier drüben noch das Haus. Das ist auch wieder das Symbol dieses Artefakts, das ich jetzt aber drüben liegen gelassen habe. Aha. Nee, das ist auch wieder einfach nur... Hm. Wieder eine Tür, die entweder nur von einer Seite aufgeht oder gar nicht. Jetzt geht daraus mal alles kaputt. Okay, was haben wir denn hier? Wie kommen wir da rein? Jetzt wird es sehr interessant, denn hier ist offensichtlich... Warum läuft das jetzt so blau, so merkwürdig? Da müssen wir rein. Aber wie kommen wir da rein? Was passiert denn, wenn wir hier das Floß absenken? Geht das? Oder fallen wir doch automatisch mit runter? Ja, das kriegen wir glaube ich nicht, ohne dass wir selber mit baden gehen. Das möchte ich nicht. Ich möchte nicht baden, ich möchte da rein. So, hier hat das jetzt wieder alles kaputt gehauen. Was eigentlich auch ein bisschen merkwürdig ist, weil, wie gesagt, das Reservoir ist ja von hier stromabwärts hinter dieser Tunnel. Und wenn das bricht, müsste sich das Wasser ja eigentlich verteilen. Und wenn es wieder hier ankommt... Naja. Da denkt man mal nicht, das ist natürlich das Artefakt hier auf der anderen Seite. Und ich weiß nicht, das kommt mir ein bisschen weit vor. Nö, geht aber. Gucken wir mal. Die Frage ist nach wie vor nur, wie kommen wir da rein? Also wir können hier oben... Was sind wir hier eigentlich? Gewäulen. Alles voller Gewäulen, aber keine Erklärungen für irgendwas. Können wir irgendwie Licht reflektieren an diese Tür, damit die aufgeht? Nö, sieht auch nicht so aus. Tja. Was hat's mit diesen Schleichen hier auf sich? Ich hab den Verdacht, wenn ich das Floß runterlasse, dann bin ich hier raus. Denn das Wasser ist ja ziemlich weit unter uns. Da kommen wir wahrscheinlich nicht mehr hoch. Hier kommt ein Kabel von da drüben. Wo ist das Kabel jetzt? Da oben. Das gibt's sowieso von ganz da oben. Wir haben uns ganz zu verstehen, ist das alles noch nicht. Waren wir in dem Haus da oben schon? Ich glaub schon, aber hier sind auch mehrere Stockwerke. Da gibt's natürlich auch noch die Zwischenetage, die man nur über den Aufzug erreicht. Vielleicht sollten wir uns das nochmal anschauen. nicht, dass wir da was übersehen haben. Es kann natürlich schon sein, dass wir an der Geistermaterie uns einfach vorbeimogeln müssen, aber das würde ich gerne erst ganz am Ende probieren, wenn alles andere erschöpft ist, weil das wird wahrscheinlich tödlich enden. Ja, wir haben ein Artefakt, ein tolles, und können nix damit anfangen. Ach nee, Moment mal. Focus, Conceal. Focus, Conceal. Wir brauchen erstmal grünes Licht. Wo kriegen wir grünes Licht her? Kriegen wir das aus einer Laterne vielleicht? Wir hatten ja hier eine in den DIA-Projekter eingebaut. Artefakt is not fit. So, Laterne. Artefakt. Holding Artefakt. Focus, Conceal. Passiert nix. Okay. Ja, keine Ahnung, was dieses Artefakt zu bedeuten hat, und wo wir das grüne Leuchten herbekommen, mit dem wir das irgendwie powern können. Hier geht es auch nicht weiter. Nach unten. Oder raus. Oder? Nee, alles Sackgassen. Tja. Wir werden wieder mit neuen Einträgen enden und einem orangenen Sternchen There is more to discover here. Okay, ich versuch's nur in der Kirche. in der Gewäulen-Kirche. Aber, ich glaube, auch hier... Already Holding Artefakt... Achso, Already Holding Artefakt. Ich dachte, das hat das falsch gedeutet. Das heißt, wir haben schon das Artefakt in der Hand, da kann man nicht nur eine Laterne aufklauen. Heißt nicht, dass das was miteinander zu tun hat. Tja. Das ist alles kaputt. Da können wir noch... Ja, dann muss ich jetzt doch mal da drüben die Plattform runterlassen. Weil sonst gehen uns eigentlich hier die Möglichkeiten ein bisschen aus. Wo war die denn? Ja, richtig. Hier geht's nochmal runter. Runter, 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 runter. Vielleicht landen wir ja auch da nicht. Aha, wir landen woanders. Okay, das gucken wir uns so ein bisschen aus der Nähe an. Vielleicht auch den Boden. Was gucken wir hier aus? Ich weiß nicht, was es ist, aber es ist interessant. Oh, Trees Detektor. Was hat sich passiert? Ich habe natürlich jetzt völlig die Orientierung verloren. Und wir haben schon wieder das Ende der Loop erreicht. Die Musik sagt schon wieder, Schließe Frieden mit deinem Lead-Programmer-Spielfigur. Denn das Ende ist nah. So, jetzt haben wir ja wahrscheinlich auch abgetrieben noch. Wo bin ich denn? Ach, da bin ich rausgekommen. Ja. Ja. Tja, nach wie vor kein Durchbruch. Wir finden nur noch inkrementell kleine Dinge raus und kommen dem großen, großen Rätsel nicht wirklich näher. Wir wissen nach wie vor nicht, worum es hier eigentlich geht. Und ich habe nach wie vor überhaupt keine Vorstellung, mit welchem Mechanismus wir dieses Gefäß aufbekommen sollen. Hier liegen noch kaputte Sachen am Boden. Also, was wir natürlich nicht vergessen dürfen ist, das habe ich ein bisschen vernachlässigt jetzt, wir sind im Reservoir getaucht, aber das ist natürlich mit Sicherheit so, dass in diesen Flüssen hier überall Dinge versteckt sind, unter Wasser. Denn das ist natürlich ein Fehler, den man auf jeden Fall machen wird, wenn man hier naiv durchgeht, wird man die Wasseroberfläche als opak repräsentieren in seinem Kopf. Das heißt, erst mal nicht dran denken, dass da auch was drunter sein kann, sondern sich drauf bewegen. Ja. Die Loop ist zu Ende. Der Fortschritt geht nach wie vor inkrementell, aber wir machen langsam, wir tasten uns Stück für Stück weiter vor. Wir haben jetzt Diashows zu allen drei Schlössern gesehen und verstehen nach wie vor nicht, was diese Schlösser zu bedeuten haben. Wir haben ein Artefakt gefunden, in das wir irgendwie grünes Feuer bekommen müssen. Vielleicht gibt uns nächstes Mal der Logbuch-Eintrag einen Tipp, wie wir das grüne Feuer da reinbekommen. Ansonsten, danke fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal auf dem Stranger, wenn wir wieder durch den DLC von Outer Wilds stolpern. Und jetzt natürlich noch das, was ich beim letzten Mal bei der letzten Folge vergessen habe. Das wird mir hoffentlich nicht nochmal passieren. Ja, diesmal schießt die Sonde nach links und die Station geht kaputt und wir rösten uns ein Marshmallow. Danke fürs Zuschauen. Lasst ein Abo und ein Like da. Bis zum nächsten Mal im Weltall ihres Vertrauens. Puh. Jam, 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 jam. Tschüss.